Kevin hat ja letztes Mal nicht mitgemacht und ich würde halt jetzt wenn wieder mit Kevin teamen, weil ich mit Aqua nicht teamen kann. Wenn ihr fragt, warum ich nicht mit Aqua teamen kann, denn die Teams sollen mehr gebalanced werden. Das bedeutet, dass man einfach halt nicht zwei starke Minecrafter zusammenpacken soll, damit die Teams und das ganze Event einfach ein bisschen spannender wird und so. Ja, deswegen warte ich halt jetzt darauf, weil Kevin an sich für mich der einzige jetzt aktuell wäre, mit dem ich halt teamen würde.